So, dann machen wir hier mal ganz spritzig, sauber weiter. So, den Scheiß haben wir uns nämlich schon angehört. Das brauchen wir nämlich uns nicht nochmal antun. Schön. Na, verstecken bräuchten wir nicht eigentlich. Das nehm ich mal mit. Scheiße, was will er denn? Oh. Verschwinder. Was ist denn jetzt los hier? Mann, hier sieht man doch ja nicht mehr durch, ey. Das nehm ich auch mit. Das nehm ich auch mit. Ah, was haben wir da am Verband... ähm... ähm... Verbandkasten? Mitnehmen. Oh da. Na komm her. Na komm. Wenn ich auch mit. Das nehm ich eh. Wenn ich ja nicht mehr probiere... Das nehm ich, dass ich nicht mehr... Ich bin normaler. Ich bin normaler. Mann, 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 dicke vier Geräusche. Na, warte mal, ich konnte was nehmen. Kartenfragment. Und dann ist das scheiße Lachiger. Mann, 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 Mann. Oh, was? Scheiße. Boah, Alter, ich hab mich grad erschrocken hier, ey. Musik halt grad überhaupt ja kein Plan eben. Boah, was ist denn hier los, Mann? Krass. Auf, hier die Hütte. War ja richtig viel drin, ne? Na, komm, mach auf. Spritze, warte mal, Spritze ist voll. Ah, warte mal. Wären wir uns mal einen Schuss setzen und dann nehmen wir das mit. Ah. Hä, was haben wir denn hier? Durchgang. Nochmal. Och, ne, ey. Probant Nummer 12. Test 71b. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdaler Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. 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 Bitte nicht. Nein. Nein. Probant fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Oh man, ey. Ja. Scheiße, ey. Oh. Volltreffer. Sehr geil. Ey, wo ist denn seine Knabber? Freue ich mich gerade. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend ein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse, wenn du mich einsperrst? Aus den Augen war es im Sinn. Hast du? Das hast du. Nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Mit denen los, ey. Ja, die sagen nichts mehr auf jeden Fall. Auch wie den Hütter hier. Puff hier. Oh, damit hab ich jetzt gar nicht vieleschnitten. Das denn funktioniert. Puh, hu hu hu, ja. Oh, die waren wir schon. Oh, nicht der Frick schon wieder. Den krieg ich überhaupt nicht los, den Typ. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Wieso? Wie kriegt den los, ey? Mann, ey. Ach, ich bruch die scheiß Flasche nicht, Mensch. So, hochwärts hier. Na, komm. Mann, die sterben auch so hoch mir, echt. Na, was haben wir hier? Ja, was passiert jetzt hier auch noch? Ach, du Scheiße. Mal ganz schnell runter hier. Du kommst mir nicht so nah, ey. Ach, du schaufst du's! Und dann sind wir wieder armed. Ach, du, Scheiße! Ach, du, Scheiße! weg hier für ein geräusch verdammt ne hier war ich doch schon verdammt ah ja gar nicht gesehen ok dann gehen wir da machen ach du sollst doch nicht schießen ach die scheiße ach naja scheiß drauf na f wartet verdammt 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 gar nicht gesehen mann ey gott das war eine schöne finanz spritz verdammt auf die hütte hier das war Toll! Dann mal hier... ...mitnehmen. Scheiße, wie konnte man noch die scheiß Bücher lesen, ey? Dann mal... ...ehm... Verdammt! Was war denn nicht da? Na, schweine Scheiße! Der hat mir gerade noch überführt, ey! ...ehm... Scheiße! Mann, wie konnte man die scheiß Bücher lesen nochmal, ey? Verdammte Scheiße! ...ehm... ...hmmm... ...Decenze